Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Aktion Vitamine hat sie in den Fruchtgetränken und Fruchtsäften von GOP, die sie jetzt zum Aktionspreis kaufen können. Weil das Angebot ziemlich gross ist, haben wir sie in drei Gruppen aufteilt. Der GOP Vitavid Saft ist angereichert mit 11 Vitaminen von A bis B12. Er ist also ideal für alle, die stark beansprucht werden und viel Mühe leisten müssen. Wer am Morgen einen Muntermacher und einen Energiespender braucht und auch im Sport auf vollen Fruchtgenuss nicht verzichten will, dem helfen GOP Orangensaft auf die Sprünge. Für köstliche Drinks oder wer gerne in der Küche etwas Neues ausprobiert, sind die exotischen Fruchtsäfte von GOP genau das Richtige. Auch das Teleskop verwendet morgen im Rezept von Betty Bossi ein Fruchtsaft, und zwar in der Sausse von einem Lampforessen mit trockneten Aprikosen. Das Lampforessen habe ich gerade hier vor mir. Ich habe jetzt einen Löffel Olivenöl darüber gelegt und mache noch ein bisschen weiteres Trinier-Zimmel. Das habe ich jetzt schön ringsherum angebraten. Und bevor ich es angebraten habe, habe ich es noch bemehlt. Das heisst, es spritzt weniger. So, jetzt kann man das rausnehmen. Und mit diesem Püree wird es eigentlich auch weich gekocht. So. Als Dekoration. Ja. Bei mir im Bistro begrüsse ich jetzt Marianne Läutert, Ernährungsberaterin bei GOP. Herzlich willkommen. Grüezi Pascal. Grüezi miteinander. Marianne, neben dem reinen Fruchtsaft gibt es bei GOP auch Everyday, die erfrischenden Fruchtgetränke, die mit Kalzium, Magnesium oder Folsäure plus zusätzlichen Vitaminen angereichert sind. Braucht es das wirklich oder anders gefragt, wem würden Sie diese Getränke empfehlen? Der täglichen Nährstoffbedarf muss grundsätzlich durch eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung gedeckt werden. Alle Nährstoffe kommen zwar ausreichend in unseren Grundnahrungsmitteln vor. In besonderen Lebenssituationen ist der Bedarf aber grösser und die vollwertige Ernährung allein reicht dann je nachdem nicht mehr. So besondere Lebenssituationen sind zum Beispiel die Schwangerschaft, die Stillzeit, wenn man älter wird, bei Stress oder bei grossen körperlichen Anstrengungen. In solchen Fällen kann eine gezielte Auswahl von angereicherten Produkten, wie zum Beispiel die Everyday-Tafelgetränke, helfen. Die vier Tafelgetränke sind neben verschiedenen Vitaminen auch mit Kalzium, Magnesium und Folsäure angereichert. Für was sind die Gute? Vitamine und Mineralstoffe sind lebensnotwendig. Sie sind unerlässlich für ein gutes und gesundes Funktionieren von unserem Körper. Kalzium ist für einen gesunden Knochenbau und starke Zähne wichtig. Magnesium ist für ein optimales Funktionieren der Muskeln und Nerven erforderlich. Und die Folsäure braucht es für die Blutbildung und ist während der Schwangerschaft von Bedeutung. Danke, Marianne. Erwähnen möchte ich noch, dass schon mit einem Glas Every Day 30 bis 40 Prozent der empfohlenen Tagesdosis der enthaltenen Vitamin- und Mineralstoffe deckt sind. Das war es für heute. Auch in einer Woche lohnt es sich zuschauen. Dann informieren wir Sie ausführlich über die grosse Profitieraktion mit der wertvollen Bon in der Cope-Zeitung. Es wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Wir bonneGodd cetera. Und wir naught können wie siehme oder Diamen? Dann Saturn hochbeilen, aber das war es für heute. Aber das war es für heute. Dann Face pregunta, wie wir das hier auf nahe ist, wiraudience scheinbar wie diese Geist…. Aber die Technion mit obraqualität nicht nur noch Engine in den dislagen Nun. Denn die final birds sind dönet, was wir bestimmt nicht beide an. Dass sie das pensando mit ihnen verbringt. Dann processosteties sindesque.